Bei handelsregister.de kann man aktuell nicht die Veröffentlichungen, sprich die kostenfreien amtlichen Bekanntmachungen abrufen. Wie man dennoch mit zwei kostenfreien Quellen an die amtlichen Bekanntmachungen kommt, das zeige ich heute in diesem Beitrag. Hallo, mein Name ist Michael Klems von infobroker.de und aktuell meldet das Handelsregisterportal handelsregister.de die verstärkte Abfrage von Veröffentlichungen. Man hat jetzt aufgrund dieser Massenabfragen die Reißleine gezogen und hat die Funktion VÖ, die einen immer auf die amtlichen Bekanntmachungen eines Handelsregister-Eintrages führte, abgeschaltet. So, jetzt steht man vor dem Problem. Wie kann man dennoch an diese Veröffentlichungen kommen? Es gibt zwei kostenfreie Quellen, wo man das durchführen kann. Man sollte, und das werde ich jetzt gleich in dem Beitrag zeigen, ruhig die handelsregister.de-Seite mit dem Treffer aufgerufen lassen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Und wie das geht, das zeige ich jetzt in dem Beitrag. Bevor wir uns die zwei Alternativportale anschauen, bei denen Veröffentlichungen auch kostenfrei abgerufen werden können, möchte ich noch mal kurz das Grundproblem skizzieren. Und zwar geht es darum, dass wenn ich innerhalb des handelsregister.de-Portals nach einem Unternehmen suche, ich gebe jetzt mal eine Firma ein, Valeo Siemens, ich keine Möglichkeit habe, die kostenfreien Bekanntmachungen, sprich die letzten Veröffentlichungen aus dem Handelsregister hier abzurufen. Man sieht das jetzt hier relativ deutlich. Wir haben hier unseren Treffer und es ist einfach die Funktion VÖ für Veröffentlichungen nicht aktiv unterlegt. Und damit wollen wir jetzt an die zwei Alternativen gehen. Dazu wechsle ich noch mal auf die Startseite zurück. Und da bekomme ich schon die erste Hilfestellung, nämlich die Veröffentlichungen VÖ können weiterhin über, und das ist hier der Schlüssel zum Glück, über diese Adresse abgerufen werden. So, die legen wir uns mal in die Zwischenablage, weil ich gehe jetzt noch mal auf meinen Treffer zurück. Den möchte ich einfach, das macht es etwas einfacher. Wir wechseln jetzt auf die Registerbekanntmachungen-Seite und die Suche hier ist relativ einfach, wenn man ein paar Grundsätze beachtet. Man kann hier links über Bekanntmachungen suchen in die Suchmaske wechseln. Und ganz wichtig ist, dass die uneingeschränkte Suche nur einem bestimmten Zeitraum funktioniert. Eine uneingeschränkte Suche nach aktuellen Veröffentlichungen, alle Registergerichte, ist nur innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung möglich. Jetzt bei einem aktuellen Fall ist das kein Problem, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine ältere Sache habe, ist es einfach hilfreich, hier zu sehen, wir sind beim Amtsgericht Fürth, HLB 15794 und kann das dann gegebenenfalls hier drüber einstellen. Es ist jetzt relativ einfach. Ich weiß ja, dass das aktuell ist, deswegen habe ich jetzt mal so ein Beispiel genommen und gehe in die uneingeschränkte Suche, schicke das Ganze ab, bekomme drei Treffer und habe jetzt hier meine aktuellen Veröffentlichungsmeldungen, rufe ich die jetzt auf, wechselt das Ganze auf ein zweites Fenster und ich habe hier die entsprechende Meldung. Man kann sich also relativ gut auch an dieses Portal gewöhnen, das vielleicht als generelle Alternative zu handelsregister.de. Es gibt eine Sache, die zu beachten ist, aktuell aufgrund der starken Abrufe geht das System hier teilweise etwas in die Knie, gerade so in den starken Zeiten zwischen neun und zehn und Nachmittag. Es empfiehlt sich, wenn man viel darin arbeitet, sehr früh morgens oder spätabends hier zu arbeiten. Das ist schon mal der erste Punkt, nämlich über die Registerbekanntmachung die Alternative zu suchen. Schauen wir uns nun das zweite System an. Das zweite System, was wir uns anschauen, ist das Unternehmensregister, ein Portal des Bundesanzeigerverlages und hier kann man bei entsprechenden Recherchen relativ gut hier über die Schnellsuche arbeiten. Wir wissen ja, wie der Laden heißt. Valeo Siemens. Siemens natürlich auch richtig schreiben und dann geht das auch Siemens. Wir bekommen also hier auch direkt unsere Treffer in Form der Veränderungen. Die sind hier so schön chronologisch aufgeschlüsselt und hier habe ich dann auch den entsprechenden Text, den ich eben noch bei den Bekanntmachungen gesehen habe. Falls man zu viele Treffer hat, dann empfiehlt es sich hier weiter einzugrenzen über Niederlassung Sitz. Es gibt auch eine Detailsuche, bei der man die entsprechenden Veröffentlichungsarten noch festlegen kann. Man muss also nicht unbedingt in allen Bereichen suchen. Man kann hier zum Beispiel auch in den Registerinformationen suchen. Macht das Ganze vielleicht etwas einfacher. Man kann also hier auch relativ gut mit der Registernummer arbeiten, gerade wenn man mit sehr allgemeinen Firmennamen hantieren oder recherchieren muss. Also das sind die zwei Portale. Wir haben einmal die amtlichen Bekanntmachungen, die recht gut direkt über handelsregister.de zu finden sind. Und dann gibt es das Unternehmensregister unter der gleichlautenden Internetadresse www.unternehmensregister.de Unternehmensregister in einem Wort. Ich setze das aber nochmal unten in die Beschreibung. Und das ist also die Möglichkeit, mit zwei Alternativen an die kostenfreien amtlichen Bekanntmachungen und Veröffentlichungen aus dem Handelsregister zu gelangen. Ja, es stellt sich die Frage, wann handelsregister.de die Veröffentlichung wieder freigibt. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann eine Capture-Funktion geben wird, um das zu unterbinden. Dass man also die Veröffentlichung nur noch gegen einen Sicherheitsschritt abrufen kann, weil auf Dauer diese Ein- und Ausschalterei, das ist kaum praktikabel. Das wird auch Probleme mit den Anwendern geben. Es gibt generell diese zwei Möglichkeiten innerhalb der kostenfreien Portale, wie wir das eben vorgestellt haben. Momentan einfach beobachten und ausweichen oder sich wirklich an die anderen beiden Portale gewöhnen. Das macht das Ganze noch einfacher. Und wenn Fragen sind, einfach unten in die Kommentare. Auch wenn Ideen sind für weitere Beiträge, bitte in die Kommentare setzen. Und damit wünsche ich weiterhin viel Erfolg in der Welt der Datenbanken und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.